Also meine Küche könnte man am ehesten mit dem Wort ehrlich beschreiben. So Essen am See bedeutet für mich eigentlich Entspannung, Erholung, Urlaubsgefühl, Lifestyle und ja, in Wörtersee die kurzen Wege nicht. Fisch vom See, Kräuter vom Garten, gutes Olivenöl, mehr braucht man eigentlich nicht. Also Kochen ist für mich auch Erholung, Ausgleich, der Familie gemeinsam kochen, sehr kommunikativ und das gemeinsame Genießen anschließend.